So, ich bin ein bisschen außer Puste, weil ich komme von unten, gehe nach oben hier, im sogenannten Dschungel hier, und da schauen wir mal einmal rum, ist hier so ein richtig schöner Karzeinsdschungel, wie man sich das so vorstellt, und irgendwie soll es hier ganz große Spinnen geben. Ich habe leider noch keine gesehen, und dann schauen wir mal, was passiert, ist total glitschig hier auf dem Boden, das liegt daran, es hat ja irgendwie den ganzen Tag geregnet heute erst mal, jetzt ist die Sonne wieder draußen, aber das gehört ja zum Regenwald auch dazu, der Regen. Ja, mir wurde ja gesagt, ich sollte nicht alleine hier hochgehen, aber, was soll ich machen, wer alleine reist, muss auch alleine das Risiko tragen, ne. Und ich wollte halt auch nicht drauf verzichten, hier hochzulaufen, ich habe hier nur so ganz unangenehme Mitbewohner zur Zeit, hier in meinem Dormitory, und auf die habe ich echt keinen Bock gehabt, um da zu fragen, ob die mitkommen wollen. Jetzt mache ich hier meinen Dschungeltrip eben allein, so, jetzt habe ich hier ein kleines Hindernis, ähm, und muss da irgendwie rüberkommen. So, und weiter geht's. So, tschüss.